hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 im Einzelspieler modus patabang oh 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 das ist mein Auto! Das ist mein Auto aussteigen! Oh- er hatte ihn nigger genannt So es geht ja um unsere aktien die ja immer noch ansteigen und ich finde solange die ansteigen ist alles cool und da machen wir die Lister mission erst mal noch nicht denn die steigen ja immer noch sozusagen an und unser geld wird ja damit auch mehr und die mit der lesser mit lesser mission da die wir in der letzten folge gestartet hatten auch schon die mache ich noch nicht also ich investiere erst in die zigaretten mit allen charakteren und dann kann man gerne diese mission starten damit wir halt weil wir müssen ja auch gucken dass wir ein gesundes maß an geld haben damit wir uns auch naja ich möchte fast sagen dass meiste davon leisten können und dazu gehört auch nur mal sowas in dem man das natürlich taktisch angeht weil letzter sagt ja immer uns erst am schluss in welche aktie wir investieren müssen und können und deswegen muss ich die mission abbrechen er sagt denn überhaupt dass ich wach leute hinter mir denn habe finde ein weg hinein so war schon mal sauschwierig finde den schauspieler der ist da hinten anscheinend ja aber man kommt doch auch so immer hier rein was war denn warum muss ich nach egal ich kann ihn k.o. schlagen da gibt es überhaupt eine andere möglichkeit ich glaube komm das ist eine andere möglichkeit ein bisschen was von hitman steig in das auto okay was ist denn er ist schwarz geworden woopala Oh, mein Gott! Das ist eine Abduktion! Pull over, Freepo! Get off the wheel! I need to get the fuck out of here! Studio security are shutting your ass down, wacko! Oh, fuck! We're gonna lose these guys! You're gonna kill us in a wreck! Is this an Abduktion? Nah, you cool? No, I'm not cool. Not at all. I mean, chill out. I'm just interested in the whip. What's this? Spikes? What do you mean the whip? I could buy this car, which I need in a morning. I think you underestimate the value of this automobile. Are you underestimating your own talent? What happened when I pressed this? Uh, I think you're underestimating what I get from here. Ha 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 ha! Be cool! If you have the car, bring it to Hayes Auto in South L.S. Mr. Weston is marathon training, but he can change his route and meet you there. Yeah, okay. Because I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike in ejector seat need replacing two? The traffic spike is still here, but you're gonna need a new seat. Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Good. Der Schleudersitz. Den sollte man in jeden Auto einbauen. Können. Dann wird auch mal richtig lustig. Ha, du entwickelst du ziemlich den Repp da, Slick. Die Betriebsfirmaßnahmen lieben diese Art Klauseln. Sie lieben keine Katzen mit der inneren Kugel. Sie schicken sie auch. Also, wie geht's? Schnell genug, du kennst. Film-Piepe. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically legal. Oh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the ship night. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly what you could do right there. Hell yeah. Man, look, if you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sense intention here, Slick? Oh, he's the spirit. But you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm going to put you in touch with my legal counsel. Hey, hey, don't touch me, homie. I don't go down like that. Yeah, let me tell you, how the world works, Slim. Pack mich nicht an. Pack mich nicht an. Ja, wir haben jetzt noch ein Fragezeichen da oben. Die Frage ist, ob ich das Fragezeichen jetzt machen möchte. Oder ob wir einfach jetzt mal Michael nehmen. Wir nehmen mal Michael. Besser ist das. Ach, ist der schon mal Trevor da oben? Ach stimmt, beim letzten Mal war da ja hier mit oben, weil die sich ja sozusagen verschanzt haben. Oh Mann. Oh Mann. So, dann wollen wir jetzt mal hinfahren nach B. Endlich mal. Was ich glaube ich schon seit zwei Folgen versuche. Also jetzt mittlerweile zwei Folgen. Vielleicht geht's ja jetzt. Besetzt. Was ist das denn für einer? Was ist das denn für einer? Es funktioniert wieder nicht. Was ist verkehrt mit dieser Mission? Was, hier kann man noch hinten reingehen? Man kann noch oben gehen? Ach, hier ist die Kräckhöhle, ne? Ah, stimmt ja. Was macht der Mann da? Das ist das denn? Das ist die Kräckhöhle, ne? Das ist die Kräckhöhle. 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 Ja, ja, ja. Wir müssen gehen. Es hat gut gemacht, aber Dave hier hat eine Pilates-Klasse. Jetzt, erinnert euch, ihr hält uns weit weg aus dieser Sache. Tschüss, tschüss. Ah, Jesus. All right. Ich gebe Lester ein fucking call. Er sagte, er wusste etwas. Jetzt erzähl ihm, dass wir nach Palito Bay fahren. Geh in den Auto. Wir müssen ihn nicht mal kaputt hauen. Das ist unsere Kasse, die wir immer haben. Das interessiert ihn gar nicht. Der steckt schon mal ein. Wird er von dem Hund gejagt? Eie. Eie. Woopala. Ja. All the law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, and meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you, Trevor. Your lifestyle. Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you. You know, maniac, psycho, friend, industry leader. In some ways, you defy categorization. But then, what? Think about it. Where you live? Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right. But why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No, no, no. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, what is this? It's not an absence of case, D. It's the opposite of case. You should be astonished. And then there's the tattoos, the hair, the weird music, the funny toys, the niche drugs, the everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I am poor hipsters. I eat them for fun. Hipsters love saying they hate hipsters. What I really fucking do. Self-hatred. Common hipster affliction. I don't be because I'm living out here away from the bean machines and the bankers. You're gentrifying. Soon, the skinny jeans will show up, then the skinny lattes, and then the bankers. And you'll be somewhere else starting to cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster. But you're what the hipsters aspire to be. The bus stops up here. All right. How long does it take us to get out here from LS? Come on, man. Knock it off. What? I'm gonna break your fucking fingers. You don't knock that shit off. Well, please, all right? You'd alleviate the boredom. Ha! Finally. Hey. 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 Welcome to Paradise. Come on. The car's this way. It's dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Shall we? Might as well get started. Okay. Let's take a look at this bank. I will go to the front of the bank. Clock the entrance. If the paper works correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. Ha ha ha. ę. She's got a sign. We will not take care of the bank. Let's take a look at the bank. Hier drauf, ne? Hmm, it's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score's gonna pay. We're gonna have to find a new score. No, 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 uh-uh, no. This is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, alright? Shoot the sucker. Okay, I brought my police scanner, drive over to the gas station opposite the bank, and we'll monitor chatter. This is Toledo Base Security Services Frequency. We have a code 30, Adam. Alarm going off at Blaine County Savings Bank. All cars in the area, please respond. Poledo cars three, six, nine, and one will be there in 50 seconds. Roger that. Four units. Backup team at station is available. They've dispatched four cars in 60 seconds and more on standby. And it isn't even 30 victor of shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? Forty seconds. This is Toledo Security. Any updates on the code 30, Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. This is them. What is that, a 67-second response time? Yeah, four cars. More in the wings. Bad cops, guarding dirty money. Fuck how many? We can take this! Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Poledo Radio, this is Poledo Car 3. We have a code 12. False alarm. Possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still faster than your... Ah! Ha! Chris! I'm not gonna outrun a cop. We've got to go! We're going! And if we're in front of Trevor, he'll be the one running for you! Hey! What's up! Geil! Ein Rennen? Geil! Okay, ich muss einmal nur einen Unfall bauen, denke ich. Und dann hat sich die Sache schon. Mit mir erledigt. Nein, 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 nein. Nicht dass mir hier irgend so ein Healster auf einmal entgegen kommt. Oh, der ist jetzt hier plötzlich ganz schnell geworden. Oh, der ist jetzt hier plötzlich ganz schnell geworden. Ja, ja, ja. Da lief es gerade. Das Mischstück. Oh, der ist aber echt schnell. Oh, 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 der war knapp. Wir wollen ja keinen Wildunfall riskieren. Tch. Wir wollen ja keinen Wildunfall riskieren. Tch. Hii-haa. Oh, man. Ein bisschen Action muss sein. Hui. Jetzt bin ich aber ganz schnell unterwegs hier. Oh. Aber knapp. Ah je. Oha. Er gibt auch teilweise ganz schön Gas hier. Michael. Michael. Ich komme immer mit den Namen. Ich verwechsel die immer beide. Franklin und Michael. Oh Gott. Ein Auto. Ah. Ein Koyote. Ein Auto. Eine Brücke. Eieieiei. Immer diese Hindernisse auf den Straßen. Hier ist immer der Geröll, wo ich immer gegenfahre. Diese beweglichen Steinchen da unten. Am Straßenrand. Da fahre ich immer mit Auto gegen, wenn ich da langfahre. Ja, habe ich geschafft, würde ich sagen. Wenn ich es nicht besser wüsste, habe ich es geschafft. Der kann das doch nicht mehr aufholen. Ist ja natürlich jetzt glaube ich wieder irgendwas über die Straße. Oder sonst irgendwas passiert. Voll easy. Jesus, was kostet du so lange? Ed wird dich gewinnen lassen. Hehehe. 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 Michael, man. Your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine, Tee. Hehehe. Hehehe. No, I'm the host, man. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're gonna be making the wrong decisions. Yeah, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Here you go. Bon appetito. Jesus Christ, Trevor. What is that? What's wrong with you? That's just a... A what? An eyelid. It's probably not even human. Unless... That gas station job. Gentlemen. Some plans for your attention? Good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops. Uh, the dirty cops head on. Head on. Man. I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Polito Bay is... Well, it's a bay. So you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see you taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. They'll be taking on the cops with you. So my advice? Choose someone good. Ah so. Es gibt mehrere. Ah. Think about my buddy Chef, okay? Consummate professional. I want to get all of the shit right here. Oh, shit. Oh, shit. I mean, we're in the house. Oh. Oh shit. Oh yeah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. I'm gonna figure it out. Oh shit. Oh shit. You got my guy in! Oh shit. Ich weiß nicht, aber ich schaffe mich, ich schaffe mich. Ich werde ein Motel, danke. Ich schaffe dich. Okay, ich gebe dir einen Rettung. Adios, Freunde! Na ja, kommt der Cluster, warum ist der so komisch dargestellt? Wunderschön hier. Seht schon, das Video wird wieder gesperrt werden durch diese Art von Musik. Franklin, buddy, wassup? Hey, schau, da sind diese Redneck-Dolle, die dich suchen, du, homie. Einige wunderschöner Mütter. Ich habe gefunden, wo sie bleiben, und ich habe sie folgen. Okay, was muss die O'Neill-Brothers sein? Was ist der Rest? Ich nehme mich, Michael, und wir kommen zu dir. Tee! Hey, Mann! Tee! Oh, Mann. Ja, ich würde es euch sehen, sind wir in der nächsten Folge wieder mit Trevor. Bis dahin. Ciao, ciao!